und da sind wir wieder so jetzt mache ich aber mal hier ist gerade neuer hund entstanden ich habe hier alle rein geholt damit die sich hinsetzen und dabei natürlich aus versehen auch gefüttert aus versehen das hört sich auch gut an und jetzt kommt die viel und die öfen brennen hier seht ihr ich brauche mich nicht drum kümmern klasse finde ich ja richtig gut diese einrichtung mit der brennerei jetzt hier kurz mal meine maus ausgefallen da ist irgendwie die batterie ein bisschen locker und jetzt wollte ich gleich zur dschungeltour wie ihr seht ich habe hier mein inventar schon sortiert habe die fische dabei die kennt ihr vielleicht noch die habe ich mitgenommen von opa zeron von seinem wo wir da waren zum angel treff da habe ich ja auch special in meiner special video playlist wo wir gemeinsam geangelt und getalkt haben die fische meine angel habe ich mit dann habe ich hier so ein paar sachen im rucksack noch weil ich will mir ein baumhaus bauen wahrscheinlich und da ich diesen bereich und diesen bereich und dahinten da kenne ich mich sehr gut aus das heißt da auch eisland waldland eisland sumpfland deshalb würde ich jetzt schon mal spekulieren wenn das ein fluss ist und der geht da lang könnte dahinten ein dschungelgebiet sein da würde ich mir eine kleine dschungelhütte bauen jetzt habe ich nur ein boot bei aber ich habe hoffentlich an alles gedacht ufo man gottseidank hast du ja so eine brücke gebaut das fängt ja schon mal gut an kann ich ja gleich mal wieder aussteigen und da will ich eine kleine dschungel nein ich will aussteigen muss ich das boot jetzt vernichten jetzt habe ich es aber nicht im inventar oder sag mal leute das boot ist jetzt weg ich habe es einmal angeklickt mit der achse und jetzt ist es weg ich habe ja sogar hier ton das ist ja auch cool das durfte ich nicht vergessen gut dann machen wir es mal ganz umständlich ich habe meinen schönen backpack da ist mein ganzes material auch drin für mein dschungelhaus und so vorsichtshalber hier seht ihr schon auf dem zeug und da habe ich unter anderem auch die werkbank drin da brauche ich mir mal ganz schnell es heißt also ich brauche hier noch einen hafen und meine maus geht schon wieder nicht oder was ist das so wo ich mir mal ganz schnell ein oder zwei neue am besten gleich zwei ich muss ja auch vor der dunkelheit dann noch ankommen und die werkbank die nehmen wir mal wieder mit stelle ich mir dann in meine hütte weil ich will irgendwie dann habe ich eigentlich ein bett mit ja ich glaube ja so jetzt fahr los boot ich bin auch noch gar nicht so erfahren im boot fahren wie ihr vielleicht wisst ja so rum 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 nein nicht so toll die sonne auch sehr schnell kaputt gehen einevardie ist lustig einelle ist schön derunder der die delete ja ein sehr altmodisches lied kape deathlek ist unterwegs zum Dschungelcamp. Also laut Wahrscheinlichkeitsrechnung müsste in dieser Richtung ein Dschungelbiom sein. Wenn da gar keine Dschungelbiomse sind. Oh Kürbisse. Dann könnte ich mir schon vorstellen. Aber da ist nichts. Nur eine Wüste. Na gut, ich habe ja ein Bett dabei. Wenn es länger dauert, ich werde jedenfalls so lange hier langfahren. Vielleicht mehr Tempo. Aber das geht dann kaputt vielleicht. Ich werde hier so lange langfahren, bis ich einen Dschungel finde. Eine Wüstengegend, da da eine Wüstengegend gemischt mit sonst was. Und da hinten sind das Berge oder große Bäume. Da ich ja ein alter Glückspilz bin. Hier ist überall Lehm. Cool, das wird schön für meine Gebäude. Könnte ich auch vermuten, dass da ein Dschungel ist, als Glückspilz verkleidet sozusagen. Jetzt was gehst du zum Fasching, als Glückspilz. Und hier geht es hier weiter. Hört der Fuß hier etwa auf? Da ist eine Höhle. Okay. Dann steigen wir hier mal aus. Die Fackel habe ich jetzt zufälligerweise nur gesetzt. Die lasse ich da aber mal stehen. Und hier setzen wir ein neues... Oh, da ist ja schon der Dschungel. Da kann ich ja fast hinlaufen. Oder fahre ich da noch ein Stück rein? Ich bin mal einfach ganz mutig und fahre hier mit dem zweiten Boot noch weiter in den Dschungel. Die Dschungeltour, von der ich schon seit drei Folgen rede. Das war ja echt eine weite Fahrt, weil hier ist nämlich auch wieder Schluss. Dann fahren wir einfach mal bis hier und springen aus dem Boot raus. Wenn ich das jetzt abbaue, dann... Gut, dann raus hier. Ups. Das ist natürlich die Frage. Mein Gott, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Da hinten habe ich den Kohle gesehen. Ich wollte aber eigentlich Katzen. Es kann natürlich auch sein, dass die Katzen diesen Weg überhaupt gar nicht mitkommen hier. Ach, da hätte ich mir ja eine Schere noch mitnehmen können für Dschungelzeug. Aber naja, mal gucken. Was uns hier im Dschungel erwartet. Die Sonne steht im Zenit. Das heißt, die Chancen sind ganz gut. Natürlich sind im Dschungel auch Höhlen. Daran hätte ich natürlich auch denken können. Das ist auch sehr schön. Was ist denn das da für ein Gebilde? Berge? Äh. Doch, das ist ein Berg. Ein großer Berg. Ich nehme mal vorsichtshalber schon mal einen Fisch in die Hand. Vielleicht nähert sich uns hier eine Katze. Ich habe bei MyKondo gesehen, die haben ja wirklich richtig lange gesucht nach einer Katze und haben die nicht gefunden. Deshalb sehe ich mir hier meine Chancen gar nicht so hoch. Eine Katze zu finden. Hier sind die berühmten Kakaobohnen, die ich brauche für mir Danke. Um mir Kekse zu machen. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil ich will mir auch so schöne Schokokekse backen und dann mal eine Schokokeksdiät machen. Kann ja nicht schaden. Dazu bräuchte ich auch noch ein bisschen Dschungelholz. Das ist ein sehr hoher Baum hier. Weil ich brauche das Dschungelholz, um da drauf die Kakaobohnen dann auch zu kultivieren. Da nehme ich mir einfach mal ein bisschen was mit. Aber von der Vernunft her sollte ich mir jetzt mal schnell mein Dschungelholz hinbauen. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Baumhaus werden. Wie sieht es denn hier aus? Reicht das hier für ein Haus? Oh, das ist ja ein cooler Lavasee. Hier könnte man ja schon wieder Monate bleiben. Oder da hinten diese Insel. Wie spät ist es denn? Geht die Sonne gleich unter? Wie wäre es denn mit dieser Insel da drüben? Die kommt mir aber ziemlich cool vor. Es muss ja nicht unbedingt ein Baumhaus sein. Wenn wir mal das Bett schon mal aktivieren hier. Rausholen meine ich. Da oben wäre doch ein cooles Baumhaus. Ein cooler Platz für ein Baumhaus. Mal probieren, ob ich hier hochkomme. Vielleicht mit der Schleichen-Taste. Wenn ich nicht runterfalle. Oh, da bin ich ja auch nicht so gut hier im Klettern. Da bin ich nicht so gut. Aber, ich meine, wenn ich jetzt abstürze, da habe ich ja nun gar nicht dran gedacht. Aber ich habe die Schleichen-Taste noch gedrückt. Als alter Schleichen-Tasten-Profi. Und die Sonne geht unter. Und ich habe ein paar Herzen verloren. Ist aber nicht so schlimm. Dann schlafen wir erstmal eine Runde. Wir wollen ja hier auch keinen Stress haben. Und wir machen das mal ganz anders. Die Dschungeltour soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Gucken wir mal hier. Der steht ja hier in der Luft. Das gefällt mir ja gar nicht. Mal hier die Dinger abmachen. Dann gucken wir mal, dass wir hier zwei, drei Steine abbauen. Dass wir den so ein bisschen stabilisieren. Stabilisieren sagen wir ja auch in der Steinsprache. Ja, nun fragt mich aber nicht, was die Steinsprache ist. Und ich sehe gerade unabhängig von der Steinsprache, dass ich so, das sieht doch viel besser aus hier. Dass ich was essen muss. Es wäre doch mal Zeit für meinen ersten sättigenden Kürbiskuchen. Wenn wir gleich mal essen. Ja, zack und voll. Ja, der ist cool. Kürbiskuchen ist cool. Ich bin ein wahrer Kürbiskuchenfreund. Ah, da haben wir schon ein Tropenholz gesetzlich. So, und jetzt würde ich nämlich folgendes machen. Mit diesen, äh, mit diesen Dingern hier ist mir ein bisschen zu kompliziert. Mit diesen, ähm, na wie heißen sie? An den Girlanden hochzuklettern. Ist mir ein bisschen zu kompliziert. Deshalb, ähm, habe ich hier halt extra Leitern für mein Baumhausprojekt mitgebracht. Die werden wir jetzt hier mal aktivieren. Ich hoffe, dass sie reichen bis oben. Leitern sind natürlich auch wieder eine feine Sache, wo man abstürzen kann. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Mit der Schleichentaste geht es, glaube ich. Ah, es sieht doch schon mal ganz gut aus. Und noch ein bisschen höher. Und dann baue ich mir hier einen schönen, äh, einen schönen Aufgang. Ich hoffe bloß, dass ich nicht abstürze. Wenn ich dann da runter will. Und wir einen weiteren Tod des Ufomanns live wieder miterleben. So. Mal gucken, wie weit es noch ist. Leitern habe ich ja genug. Und jetzt wieder. Müssen wir doch bald da oben angekommen sein. Das ist ja ein ganz schön hoher Baum. Aber ich fahre mich. So. Ich würde mal auch gleich, wenn ich oben bin, mir einen schönen Waypoint machen. Mal das nicht vergessen. Vielleicht kann ich auch schon von oben Katzen entdecken. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Ui, der, 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 dieser Baum ist ja, äh, doch schon sehr hoch. Um das mal so zu sagen, ein extrem hoher Baum. Aber ich habe mich ja gut vorbereitet. Ich hoffe immer, dass das hier seinen Gang geht. Ah, ich habe Wolle vergessen. Fällt mir ein. Um hier ein Baumhausbett zu bauen. Aber es ist nicht so schlimm. Weil. So gut. Ach, das ist ja auch gut. Das muss ich auf jeden Fall lassen. Weil dann kann ich nämlich hier. Mal gleich mal einen Test machen. Und wenn ich sterbe, habe ich Pech. Ob der dann die Leiter hier runtergleitet. Ah, das ist natürlich sehr schick. Eigentlich diese Liaden, die muss ich auf jeden Fall stehen lassen. Die geben mir hier so ein bisschen Führung, damit ich da nicht runterstürze. Sehr cool. Die Schleichentaste wieder drücken. So, und jetzt gucken wir mal hier, ob wir uns hier eine Plattform schaffen können. Auf der ich hier mal ein Baumhaus machen kann. Könnte ich mir noch eine Falltür bauen, oder wie die Dinge heißen. Oh, jetzt fallen hier die Blätter ab, weil ich die Seite abgehackt habe, oder wie? So. Leute, ich sehe ja schon wieder, wie ich hier abstürze. Deshalb sollte ich vielleicht mal ganz vernünftig sein und mir hier erst mal was Stabiles hinbauen. Äh, so. Kann man hier jetzt schon... Ne, Druckplatten brauche ich nicht. Erde. Ich glaube, ich habe noch Holz im Backpack. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt hier... Oh, aber viel ist es nicht. Oder mache ich das Ganze gleich aus Tropenholz? Ich werde ja hier bestimmt noch genug Holz fällen. Oder auch nicht. Ich habe gar nicht so viele Äxte, glaube ich, dabei. Ah ja. Ich mache mir das mal aus Tropenholz standesgemäß meinem Baumhaus. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Da müsste noch eine Leiter ran. Zack, so. Zack, zack. Oh, das Tropenholz sieht ja schön aus. So schön kariert. So schön kariert. Das mag ich ja. So, und das kleine Baumhaus hier, das muss auch gar nicht so hoch sein. Äh, das muss gar nicht so groß sein. Weil das ist ja nur eine kleine Unterkunft für den Ufo-Mann. Eine kleine Plattform. Wollen wir nicht mal die Aussicht genießen hier? Eigentlich müsste ich hier Glas, Glaswände ran machen. Weil ich habe, glaube ich, dann doch so viel Glas gar nicht dabei. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, zehn Glas dabei. Mal hier noch ein bisschen mehr Fußboden. So, 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 so. Und die Schleichen-Taste mal kurz benutzen. Und so. Dann den Rand, damit ich ja nicht runterfalle. Das ist mir sehr wichtig. Wobei, wäre jetzt auch egal, wenn ich jetzt wirklich, ups, sterben würde. wobei, ich habe schon 18 Punkte. Dann haben wir hier ein klasse Baumhaus. Dann muss ich mal gucken, wie ich die Fenster verteile. Ich hatte mir so gar noch eine Tür mitgebracht. Die ich aber, wie es aussieht, gar nicht brauchen werde. Weil die Tür ja im Prinzip, ups. Weil die Tür ja im Prinzip, oh. Was denn? Habe ich mein ganzes? Da habe ich noch was. Da müssen wir schon das Richtige geben. Was ist das? Gut, dann machen wir den mal wieder weg. So. Dann machen wir das zu. Und dann kann ich schon mal nicht mehr runterfallen. Dann bin ich schon mal beruhigt. So, jetzt haben wir diese Baumhaus-Plattform. Die ist schon mal sehr schick. Außer, dass ich hier gar nichts sehe. Das Problem löse ich wie? Dann muss ich mal gucken, dass ich mir hier meine Werkbank mal hinstelle. Hier. Und mal gucken, dass ich mir hier eine Falltür mache. Oder zwei. Ich brauche halt nur eine. Kann ich die da ransetzen? Nein, weil da die Werkbank ist wahrscheinlich. Nein, weil da die Werkbank ist. Weil da die Leiter ist. So, kann ich jetzt hier trotzdem, ja, kann ich. Gut, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Komme ich jetzt hier gar nicht vorbei. Das ist ja auch sinnvoll, so eine Falltür, wenn man da nicht vorbeikommt. So, Gott sei Dank kann ich ja jetzt hier nicht runterfallen. Gut, dann überlege ich mir das nochmal mit der Falltür. Baue mir mal hier mein Bettchen hin und schlafe mal eine Runde. Hat jetzt schon irgendeiner von euch mal eine Katze gesehen? Ich natürlich nicht. Äh, gut. Dann werde ich mal hier, hier, hier und hier und hier. Dann werde ich mal Glas einbauen. Habe ich hier ein bisschen mitgebracht. Aber große Sprünge kann ich damit nicht machen. Aber dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht von den eventuell auftauchenden Katzen. Und wie viel Glas habe ich jetzt noch? Zwei Glas. Machen wir uns hier noch ein Fenster. So, bauen wir die Wand noch weiter. Ah, ich hatte ganz vergessen, dass die Folge ja jetzt vorbei ist eigentlich gleich. Also auf lange Sicht müssen hier auch noch Fenster rein. Ich meine, hier werden keine Spinnen hochkommen, oder? Ja nicht, ja. Gut. Machen wir uns mal hier noch eine Erhöhung. Kann ich da jetzt nichts ansetzen, oder was? Reicht mir das von der Höhe schon? Nein, das reicht mir nicht. Möchte ich noch höher. So, und wieder runter gehübt. Und dann setzen wir hier nicht. Setzen wir da hinten. Ups, mal gucken, ob ich das hinkriege mit Sprengen. Hopp. Ja. So, so, und dann können wir hier mal schnell den Rahmen noch umbauen. Da muss ich dann, da unten gibt es ja auch Sand. Müsste man dann mal, 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 ups. Mal gucken, ob man dann, ei, 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 wie kann ich denn da rein? Schleichen-Taste. Und, äh, ping. Und wieder runter. Achso. Und jetzt hier lang. Und dann sieht das schon mal ganz schick aus. Zack. Und da komme ich jetzt gar nicht ran, oder muss ich? Ei, 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 ei. Ups, la, 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 schleichen-Taste aktiviert. Und zack, und zack, genau. Sehr schön. So, Leute. Und wir wollen jetzt nicht eure Nerven strapazieren. Ich sage auf Wihö. Und morgen noch einen Tag im Dschungel. Und dann wird es Zeit für die Zeitmaschine. Auf Wihö. Bis zum nächsten Mal.